Willkommen bei Gartenbob. Heute geht es an die Pfirsichernte. Auch wenn noch nicht alle ganz weich sind, aber sie fallen runter. Trockenheit. Aber wenn ich das so sehe, die sind schon schön weich. Wir nehmen alles mit. Immer wenn Früchte ganz leicht abgehen, auch beim Apfelbaum, dann kann man sie ernten. Wenn ich jetzt hier schütteln würde, würden sie alle unternehmen. Ihr seht, ich brauche hier bloß dran kommen. Pupp und Absinthe. Natürlich kann man alles, was hier so dran ist, die kann man nicht alle lagern, um die aufzuessen. Das wird Marmelade. Und bei der Menge Pfirsicher, mit den anderen, was wir so an Marmelade machen, kommt man bis zur nächsten Ernte locker aus. Da habe ich jetzt natürlich zu tun. Und hätte der Baum jetzt, wäre hier nicht so viel Trockenheit im Boden, dann hätte der mehr Kraft und dann würden auch die Äste nicht ganz so weit auf dem Boden hängen. Ja. So. Man füllt sich Stück für Stück mit meiner Kiste mal voller. So. Absinthe alle. Das ist doch schon eine üppige Ernte. Ja, das wäre zu viel zum Lagern. Also da kommen schon einige Marmeladegläser heraus. Und natürlich welche zum Naschen, ist klar. Ja, also es hat sich gelohnt. Und mal abgesehen, dass in der Luft ein paar Abgase sind, ist das eigentlich pures Bio. Denn auch in einem großen Bioacker, da sind auch Straßen daneben. Viel Biogemüse wird auch angebaut, da vorne Traktoren dazwischen und so weiter. Und auch reines Bio wäre dann eigentlich, wenn man irgendwo wäre, wo keine Umweltbelastung ist. So. Wenn ich das so sehe. Natürlich gibt es erstmal einen Vorsichtkuchen. Ja, man kann die Vorsicht auch einkochen. Und wir testen diesmal. Mal sehen. Das war ja eine Üppige Ernte gegenüber im letzten Jahr. Ein paar liegen noch unten. Die hat man dann zusammen. Wenn die schon ein bisschen faul sind und haben was dran, dann machen wir daraus nichts mehr. Und dann überlege ich mir, wenn ich das Ergebnis sehe, ob man nicht noch einen Baum pflanzt oder noch einen Baum pflanzt. Dann kann man nicht, wenn man ihn hat, für sich Most machen. Oder Saft. Ja. Das schmeckt bestimmt. Reines Bio, kurze Wege. Ja. Wir müssen nicht von sonst wo durch die Gegend gefahren werden. Also besser kann man es nicht haben. Und da man sich ja selber drum kümmert, weiß man auch, was man dann isst oder trinkt. So. Das erste kommt natürlich. Ja, jetzt nicht. Jetzt der Planet drückt unsere Sonne. Die meint es wieder gut heute. Da backe ich noch keinen Kuchen, sonst wird es zu warm. Aber wenn es heute Abend oder morgen früh kalt ist, dann wird es noch Kuchen. Ja, ein ganz normaler Teigboden. Fürsichkuchen drauf. Ein bisschen Galantine. Also, ja. Und dann, wer will, kann ja noch Sahne drauf streuseln. Aber wir haben in unserem Gartenkochbuch sind einige Backrezepte drin. Könnt ihr ja mal hingucken. Da sind nicht nur Backrezepte drin, da sind noch Kochrezepte drin. Und das meiste, was ich da zeige, das ist unsere heimische Produktion. Da sind noch Filme mit dabei. Nur nicht hunderte wie bei Gartenbob, sondern im Kochbuch sind es erst 30. Da komme ich immer nicht zu, in der Haupterntezeit. Ja. So. Also jetzt lecker Schmecker mit Pfirsichen. Und dann werden wir sehen, was da rauskommt. Na ja. Und wer auch Pfirsiche hat und Erfahrungen damit gesammelt haben, schreibt es doch einfach mal unter und runter. Und kommentiert es mal. Würde ich mich freuen. Ja. Zumindest, was 100% Bioanbau ist. Außer den Regen, den ich erwähnt habe. Oder wenn mein Auto vorbeiknattert, wie hier. So. Ich habe jetzt Spaß mit meinem Pfirsichen. Tschüss. Euch auch eine gute Ernte. Bis zum nächsten Mal. Okay. Nein. 2 3 2 3 2 4 5 3 Vielen Dank.